Hallöchen, Hallöchen. Seid ihr bereit? Nein, ich nicht. Also ist es mir egal, ob ihr bereit seid oder nicht. Ist also total, total egal. Ich hab den noch nie getrunken. Aber ich nehm jetzt einfach mal ein... Nicht wie Mead. Nicht wie ganz normaler Mead. Nicht jetzt nicht großartig anders. Der wird mich gleich noch aufmuntern. Ich hab für heute Abend auch Mead besorgt. Naja, immerhin trinke ich nicht alleine, okay? Immerhin trinke ich nicht alleine. Achtet auf euch selbst. Bitte übersteigt nicht eure Grenzen mit Alkohol. Ich hab's schon lange angekündigt. Sobald ich Partner bin, suche ich mir einen Abend raus. Und dann trinke ich für das allerletzte Mal in meinem Leben auf die Partnerschaft. Und dann rühre ich nie wieder auch nur einen Tropfen Alkohol an. Ich wollte erst einen Kirschmead nehmen. Äh, der hätte nur 6% gehabt. Und dann sagte Chris so, oh, guck mal. Hier ist Hanfmead. Ja, ist okay. Der hat halt 10. Ist in Ordnung. Meine Tasse ist groß. Flasche ist fast halb leer. Ist okay. Es geht immer, dass ich einen Schluck nehme, wenn eine dieser Sachen kommt. Also, ich trinke jedes Mal, wenn ich ein Revenant habe, ein Shade habe und ein Raiju habe. Ich trinke jedes Mal, wenn ich ein EMF 5 habe, Buch habe oder Fingis habe. Wenn einmal die Runde ein Ventilator angeht, nehme ich einen Schluck. Genau das gleiche bei einer explodierenden Glühbirne und dem Red Room. Zwei Waschbecken. Einmal pro Runde bei einem Geister-Event. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Geister-Event habe und gleichzeitig eine Glühbirne platzt, muss ich halt zweimal trinken. Und wenn ich sterbe, muss ich auch einmal trinken. Okay, starten wir in die erste Runde. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Sagen wir es so. Ich bin ein kleines bisschen aufgeregt. Thomas White hat das Curry zu Hause vergessen, Räucherstäbchen während der Jagd, EMF und Kruzifix. Hoffe ich einfach... Geht auch. Dann machen wir es halt so. Irgendwas hast du geworfen. Prost. Oh, das werde ich so bereuen. Zwillinge confirmed. Ich habe das Gefühl, dass ich heute sehr oft sterben werde. Ja, da hatte ich ein Geister-Event. Wait. Er hat zum Beispiel die Tasse geflippt. Kurz nachdem er das gemacht hat. Ich bin ganz ehrlich, ich würde immer noch auf Zwillinge gehen. Das war nur ein Geister-Event. Aber... Nein, das war ein Hunt. Sonst wäre ja nicht alles ausgegangen. Das war ein Mikro-Hunt. Warum denn das? What? Er ist unten gespawnt. Alter, zum Glück ist das meine erste Runde. Ich verstehe gerade gar nichts. Ich gehe... Ich gehe mit Zwillingen. Keine Ahnung, Alter. Ich gehe jetzt mit Zwillingen. Und... Welcome back. Ich habe ein paar Jobs für dich vorbereitet. Ich habe ein paar Jobs für dich vorbereitet. Betty Martin liebt Gewalt. Beide Räucherstäbchenaufgaben und Pfote vom Geist. Aber es scheint kein Gefrier zu haben, ne? Ui! Ich nehme alles zurück. Wir haben Gefrier. Okay. Okay. Was war okay denn für eine Frage? Ich meine, juckt sind nur 5%. Aber... Can you hunt me? Okay. Setzt euch ans Lagerfeuer. Singt das Lagerfeuer-Lied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-E-L-E-E-D-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Ja, ist okay, Omi. Also sing es doch ganz ein... Einfach mit... Ich weiß nicht, ob wir einen Orb haben. Hi, Purple Cat. Oh, wir haben Dutz. Oh, wir haben Geist-Event. Pröst. Auf euch. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Oh. Oh. Oh nein, sie hat Wasser angemacht. Prost. Bitte mal, nehm nochmal Wasser an. Sie macht mir zu wenig. Fick dich, Geist. Du hast nichts weit geworfen, du Scheiß-Oni. Nichts. Er hat einfach nichts weit geworfen. Gar nichts. Paul Wilson hat uns keine Berichte hinterlassen, glaube ich. Räucherstäbchen im Bereich einer Jagd ankommen und Geister-Event. Ich würde ja sagen, der Geist ist... Boah. Hier. Oh, wir scheinen keine... Vivi! Wir scheinen keine... Keine Vivi zu haben, genau. Wir scheinen keine Fingis zu bekommen. Nee, ich hatte schon ein Geister-Event, oder? Ja, ich hatte schon ein Geister-Event. Woo! Perfekt. Ja, aber... Na, nimm mit. Das war ein Geister-Event. Okay. Das war ein Geister-Event. Wer hat schon ein Geister-Event? Alles ist gut. Ich muss nichts trinken. Hehehehe. Prost. Ja, aber... Aber dann könnte es doch eigentlich nur das Geister-Event sein. Nicht? Keine Ahnung. Ich kann nicht mehr denken. Hehehehe. Ich habe eine fucking Tasse getrunken. Ich kann nicht mehr denken. Und dann würde das heißen, ich versuche jetzt, einen Hunt zu überleben. Versteck mich. Guck, ob es mühlich ist, dann räuchere ich den Geist und dann hoffe ich, dass es vielleicht ein Spirit ist. Aber... Er hat das Buch geschrieben. Er hat das Buch geschrieben. Prost. Sag ich doch. Ich habe eine Tasse getrunken. Mir fällt das hier schon schwer. Das heißt, bei 35,57 dürfte der Geist erst wieder... Das war ein Geister-Event. Ja, ist... Okay. Wir sind fast bei zwei Minuten. Paul Wilson. Wir haben einen Shade! Oh Gott, wenn du jetzt wirklich ein Shade bist, dann muss ich noch einen Schluck trinken. Dann reiße ich schon meine zweite Tasse an. Ich fange jetzt an, kleinere Strü... Ja. Alles ist Zeitlupe. Keine Ahnung, Alter. Ich bin schon richtig tipsy, Mann. Auf... Auf den Partner! Woo! Auf den Partner! Ja! Ich bin die Einzige, die Party macht, aber ist okay. John Brown. Mag keine Gewalt. Ähm... Geistmahu, EMF und Foto vom Geist. Noch nie Shitee gegessen. Äh... Okay. Easy. Habe ich gewusst. Habe ich gerochen. Ich wusste genau, ob er Breaker ist. Ich will eigentlich nicht fragen, wo er ist. Aber ich will schon fragen, wo er ist. Where are you? Girl? Girls? Girls bathroom. Direkt Hand. Super. Ich muss ein kleines bisschen klarkommen. Ich habe eine Tasse schon intus. Jetzt kickt es richtig. Ich bin schon der Hype dicht. Du, das Hype kannst du wegnehmen. Hahaha. Er hat Wasser angemacht. Nein. Nein. John, bitte. Hat sie das... Hat sie das schon wieder auf... ausgemacht? War das ein Orb? Was? War das ein Fluch? Oh. Oh. Ist der Geist vielleicht hier? Da ist ein Orb. Da ist der Orb. Da ist er. Geist ist in der Cafeteria. Ich kriege eine Krise. Boah. Ich kriege zu viel, Alter. Jetzt haben wir noch ein... Boah. It's time, Mr. Booberts. Ja, das trifft sehr gut. Ja, aber das heißt, dass ihr auf jeden Fall keinen Orb im Flur gesehen habt. Ich schaue mir den Clip trotzdem einmal an. Da war wirklich ein Flur im Orb. Ja, toll. Ich sehe alles. Ich habe die Vermutung, dass es ein Geister-Event war. So. Pröösen. Och, wie, wie. Erschreckt mich schon, die Sohn. Mal einen großen Schluck trinken gegen diese lalige Stimmung. Die gibt auch weniger Kopfschmerzen. Die blieb Böbel. Aber ein ganz großer Schluck, du. Du bist sogar angeheitert. Besser in Phosphophobie als ich nüchtern. Tee ist kein Alkohol. Aber Booberts. Aber Booberts. Ah, wir haben Dutz. Oh nein. Oh nein. 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 Ich gehe jetzt aufs Klo. Nein, das mache ich nicht mit. Und jeder Mann will Fingernägel und jeder Mann will Cash. Drum schicken Sie uns Ihre Fingernägel und wir schicken Ihnen Cash. Ganz langsam. Fingernägel für Cash.com Fingernägel für Cash. Also kommen Sie schnell zum El-Harrington-wabbelwackelarmigen Windhosenkameraden Imperium und wir werden Sie hier mit wabbelwackeligen Armen äh, fangen. Ich kann hier nur falsch liegen. Äh. Oh, erschreckt mich doch nicht so, Mann. Ich hab gesagt, er hantet. Ja. Dann müsste ich auch trinken, wenn ich sterbe. Doch, wahrscheinlich schon. Aber was mache ich denn, wenn es kein Reitschuh ist? Ja, aber was mache ich denn dann? Dann rate ich. Dann rate ich. Ich hab Halluzination. Okay. Welcher Geist ist es? Abschieb. Wir haben Banshee und wir haben Yurai und wir haben Yo-Kai. Ich glaube nicht, dass es ein Raiju ist. Ihr habt zwei Minuten Zeit, der Umfrage mit beizutreten und ich wünsche euch, keine Ahnung, viel Glück. Ihr könnt nichts gewinnen. Der, 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 der Geist, der gewonnen hat, den nehme ich. Weil ich glaube nicht, dass es ein Raiju ist. Wie viel gab es schon zu trinken? Banshee mit sieben Stimmen, Yo-Kai mit zehn und 22 für den Yurai. Also, nehmen wir jetzt den Yurai. Tut, tut. Wie haben wir über den Haupt einen Hype-Train? Okay, warte Banshee. Oh, yeah. You gotta get shrifty. You gotta get shrifty in here. It's time to get shrifty. Uh-oh. It's time to get shrifty. Oh, yeah. Take off your pants and your panties. Shit on the floor. Time to get shrifty in here. Got a shit. Charles Thomas liebt Gewalt. Food from Geist, reuchte Stimmchen im Bereich für Geister-Event. Take a shit on the floor. Take off your panties and your pants. Buss. War an der Banshee. Werd' Fingies. New Song, shrifty. Double X. Shwifty Song. Coming at ya. Ich hatte schon getrunken für die Banshee. Nein. Aber ja, 10%. Wir haben gefriert. Guckt mal, wir haben hier gefriert. Der Geist ist wirklich hier. Ich hab ihn gehört. Haben wir einen Orb? Revenant, Revenant. Wir suchen den Revenant. Denn wir lieben den Revenant. Da-da-da-da. Revenant. Don't drink and drive. Dieser Stream ist ab 18. Ja, ich versuche jetzt gar nicht, das weiter rauszufinden, sondern ich warte jetzt einfach, bis wir gehunted werden. Und dann werde ich halt enttäuscht, weil wir vermutlich kein Energy haben. Meint ihr, der Geist möchte mich auch noch irgendwann hunten? Oder soll ich vielleicht mal das Ouija-Board? Ich hole mal... schon mal das Ouija-Board. Ach Gott, existieren ist schwierig. Ja, also Revenant ist es nicht. Beim Handschuh, ich bin mir halt nicht ganz sicher. Das heißt, wir bleiben bei Yurai oder Onryo. Keine Ahnung. Ich sehe... Ich glaube, ich sehe gerade eher aus wie eine ziemlich, ähm... verschlafene Leiche. Also bis zur Yurai. Hatte ich schon geistert, event. Okay. Auf die Papterschaft! Wait, die Kanzel ist aus! Kerze aus, Geist hat gehuntet? Okay, nein, ich gehe auf Yurai. Ich kann es selbst nicht glauben. Patricia Jackson spielt gerne mit ihren Lichtern. Räucherstäbchen im Bereich Salz und Foto vom Geist. Guck mal in Schulter... Oh, ich habe es nicht fotografiert. Wir haben schon wieder Gefrier-Jobs! Mein Leben! Omi! Prost auf dich, Omi! Nein, ich darf zweimal trinken. Ist es ein Revenant? Warum ist es denn da jetzt auch rot? Revenant, Revenant, bitte sei ein Revenant, denn ich möchte einen Revenant. Revenant. Es war nur ein Geist-Event. Ist okay. Wollen wir wieder Pipi machen? Nein, Revenant. Aber auch kein Handtuch. Revenant, Revenant, warum bist du kein Revenant? Ich wollte doch einen Revenant. Omi, du bist scheiße. Mit zweimal Hintern gefrierend Obst und ich kriege keinen Revenant. Revenant. Einen Revenant. Ist waiting durch? Ich glaube, ja. Jeder Mann will Fingernägel und jeder Mann will Cash. Drum schicken sie uns ihre Fingernägel und wir schicken ihnen Cash. Oh, wisst ihr eigentlich, wie schwierig es ist, zu existieren, Mann? Ich verstehe nicht, wie Leute Alkohol trinken können und daran auch noch Freude haben. Boah, das ist doch wirklich einfach nur noch so ein Zustand. Das ist nüchtern auch schwer. Du meinst bestimmt das Existieren. Ja, das fühle ich. Ich bin heute noch gar nicht gestorben. Ich wundere mich selbst darüber. Sie ist betrunken. Immer noch besser als wir alle in Phosphon. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt noch tue. Er ist rausgewandert. Wait. Haben wir ein Undrie... Ich bin verwirrt. Ich habe mich nass gemacht. Oh nein, das war nur ein Geister-Event. Was? Wir stehen bei circa Fick-Dich-Welt-Promille. Arbeiten an. Ah, okay. Du hast die Satzfe... Zeichen falsch gesetzt. Okay. Ne, 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 ne. Das hatte ich schon. Omi. Das hatte ich schon. Ich trinke nicht noch mal was. Da kannst du sonst wie viele Geister-Events machen. Wir haben keine, Onryo. Ich sag Jurei. Charles Robinson mag keine Gewalt und zeigt sich nicht gerne. Bewegungssensor, Gruzifix und einer Jagdinkommen. War der dort oder hat er was geworfen? Ich habe nur aus dem Augenwinkel was gesehen. Warte, ihr beim Fingis, ne? Das heißt, jetzt müssen wir erst noch den Geister-Raum finden. Das ist sogar jetzt schon gewandert. Aber er hat doch unten so viel geworfen. Ich habe gedacht, der Geist ist unten. Aber anscheinend nicht. Hier warst du ein Geister-Raum. Hier warst du vorher, aber jetzt nicht mehr. Hast du schon wieder gewechselt? Guck mal. Ich habe einen Bruder gefunden. Wait, aber warte. Welche Tür hast du aufgemacht? Die da hinten. Warte, bist du vielleicht doch in der Nursery? Und hier wird es jetzt langsam... Ja guck mal, Hasi ist weg. How old are you? Oh ne, Geist. Okay. What? Oh oh, you gotta get shwifty, oh yeah, take off your pants and your panties, shit on the floor. Also warte, wir haben keine Orbs, wir haben vermutlich keine Dots? Pass auf, wir haben vermutlich keine Dots, keine Orbs, keine Box und kein Gefrier. Das heißt, es bleiben jetzt nur noch EMF und Buch übrig. Das heißt, egal in welchem Fall, ich muss vermutlich trinken. Bist du leicht betrunken? Leicht. Ja. Ah, guck mal, Teddy ist tot. Ah! Grüße von Revenant. Wir haben Dots. Zu viel, um sich noch gut zu fühlen, genug, um es morgen zu bereuen und zu wenig, damit sie sich denkt, die Welt kann mich mal. Die Welt kann mich mal, ich bin der König der Welt. Ist mir scheißegal, was alle anderen sagen. Ich kann Phosmode, ich bin der König der Welt. Ja. Und zwar, kann ich entweder ein Foto machen oder ich kann gucken, ob wir Dots sehen. Can you feel the love tonight? Fuck it, ich brauche kein Foto von dir. Jetzt bin ich keine Aloe Vera Pflanze mehr, jetzt bin ich eine Gardine. Meint ihr, er hat den Raum gewechselt? Ich weiß es nicht. Oh! Guck mal, jetzt ist er gerade hier. Vielleicht sehen wir ja einen Dots. Und wir haben keine Dots, wir haben wahrscheinlich wirklich einen Goryo. Nein, gar nicht schmeckt. Also ein Phantom bist du nicht. Wisst ihr, er spawnt ja nicht mal mehr hier. Ist er jetzt hier? Nein! Hatte ich diese Runde schon... Hatte ich schon eine Red Room, die... Okay. Ich sehe alles. Ich sag Goryo, bye! Aber ich habe keine Dots gesehen. Oh mein Gott, Paxi! Ist es eine Fliechtasse? Ist es ein Schraubokopter? Was ist es dann? Super Ritchie! Hey, Moment! Da vorne werde ich gebräuchten. Paxi, du darfst der betrunkenen Mackie nicht sein, dass sie dich timeouten darf. Ich muss nur hoffen, dass sie drin bleibt. Donald Anderson mag keine Gewalt. Einer jagt ein Komräucherstäbchen im Bereich und Kruzifix. Wenn sie morgen keine Karte hat, den werde ich haben. Wait, ich habe es gehört! Super Ritchie... Was? Vielleicht ist der Geist hier. Bist du vielleicht... Guck mal, wir haben Ops! Ich habe gerade meine kleine Eiterblase am Zeh zerplatzt. Geil! Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich hoffe, es war ein großer Pop. Ich bin betrunken genug, um eklig zu sein. Ich darf das heute. Ja, mega! Ja, geil! Nein, warte, ich will gar nicht wissen, ob wir Dots haben. Was hast du für ein Mikrofon? Die Frage kannst du mir Montag nochmal stellen. Tut mir leid, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Warte, nein, es steht auf meinem Mikro. Ich bin komplett durch. Das war beste Partner... Oh, gerne! Oh, gerne! Einen großen Schluck, ja? Ja! Was hast du geworfen? Geist, ich muss wissen, was du geworfen hast! Oh, nein! Ich hab dich wirklich lieb und du bist so mega süß, wenn du betrunken bist. Nur bitte lach nie wieder so. D, D, das macht mir mega Angst. D. Meinst du so? Ich hatte ein Geister-Event und er hat die... Er hat ne... Wait, wir haben den Raiju, ich kann gehen, okay, bye. Partner, Party. Oh, ah, I wanna know, if you'll be my Kitties. Ja, darf ich gleich nochmal einen Drink-It-Drink machen, ne? George Garcia hat uns keine Berichte hinterlassen. Kruzifix, Foto vom Geist. Und Geist, mach gut. Ich hätte gerne den Knochen und auch noch mein Ouija-Board. Ein Obake kann es nicht sein. Denn wir haben keine Fingis. Bier? Oh Gott, Amitaya, mach doch jetzt nicht so. Richtig, bobe, Gott. Dankeschön. Für deinen Rage. Ich bin betrunken und mein Name ist Mackie. Oh, ich weiß nicht. Habe ich euch jemals die Geschichte von der besten Pizza, die ich jemals gegessen habe, erzählt? Ne, 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 das hatten wir schon. Wait. Oh, aber er hat keine Schritte gemacht. Ich kriege allerdings auch bestimmt nur noch 10% von dem mit, was ich hier überhaupt noch mache. Also von daher... Ah, wir haben gespenst! Uh! Wir haben ein Gespenst. Jetzt bin ich wirklich durch. Guck mal, es war wirklich ein Gespenst. Ich habe das Gefühl, dass ich heute sehr oft sterben werde. Ich will mich mitschern.